In dieser Lerneinheit möchte ich die Frage stellen, was ist das Spezifische beim Lernen mit Medien? Was sind die Merkmale mediengestützten Lernens? Im Grunde eine ganz einfache Frage, nämlich die Frage, was unterscheidet letztlich das Lernen mit Medien von anderen Formen des Lernens, etwa im Klassenzimmer, face to face, in der persönlichen Begegnung zwischen Lehrenden und Lernenden. Um mediengestützte Lernangebote planen und entwickeln zu können, müssen wir wissen, was ist das Besondere beim mediengestützten Lernen? Und deswegen möchte ich einige Aspekte aufgreifen und hier auch speziell einige Ergebnisse der Lehr-Lern-Forschung präsentieren, die uns auf diese Frage Aufschluss geben können. Zunächst müssen wir Lernen abgrenzen von anderen Phänomenen der menschlichen Entwicklung. Danach geht es um die Frage, was sind die Essentials für erfolgreiches Lernen überhaupt? Hier möchte ich auf einige eben grundlegenden Erkenntnisse der Lehr-Lern-Forschung eingehen. Dann die Frage, was ist eben das Besondere, was ist anders beim Lernen mit Medien? Und auch, was wissen wir eben über Lernmedien, die Lernergebnisse besonders gut unterstützen können und besonders gute Lernergebnisse mit sich bringen, um letztlich auch diesen nicht einfachen Begriff der Qualität von Lernmedien aufzugreifen. Ich möchte den Begriff des Lernens zunächst genauer definieren und auch abgrenzen von anderen Erscheinungen menschlichen Verhaltens- und Verhaltensänderungen. Lernen meint die dauerhafte Veränderung von Verhalten oder Verhaltenspotenzialen oder auch die Veränderung und Entwicklung von Wissen, und zwar Veränderungen, die auf Erfahrung basieren. Sie sehen hier, zwei wesentliche Kriterien sind, diese Veränderung kann reversibel sein, das heißt, es kann auch verlernt werden, und sie ist nachholbar. Dinge, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gelernt habe, können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Dabei können wir unterscheiden, intentionales und inzidentelles Lernen. Lernen kann stattfinden gleichermaßen, wenn es beabsichtigt stattfindet, ich mir also ganz gezielt etwas aneignen möchte und ich auch sagen würde, jetzt lerne ich, oder auch inzidentell, also unbeabsichtigt. Lernen kann stattfinden durchaus ohne, dass bei dem Lernenden eine entsprechende Absicht vorliegt. Dann können wir unterscheiden zwischen formellen und informellen Lernsituationen. Formelle Situationen beziehen sich eben auf institutionell organisierte Lernsituationen in der Schule, Hochschule, Außenweiterbildung. Ja, und informelles Lernen, das ist ein zunehmend diskutierter Bereich des Lernens, der sehr wichtig ist, auch für die menschliche Entwicklung. Das bezieht sich auf Situationen etwa des Lernens mit Medien, des Lernens mit dem Computer, auch eben in Gesprächen mit Kollegen auf dem Pausenhof, bei Tagungen, also in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und das ist eben für die berufliche Tätigkeit sehr wichtig, aber sicherlich auch in ganz anderen Kontexten eine sehr wichtige Quelle für das Lernen. Ja, dann müssen wir unterscheiden die Reifung von eben dem Lernen. Das bezieht sich auf biologisch bedingte Veränderungen. Diese sind irreversibel, das heißt eben, wenn ein bestimmter Reifungsprozess stattgefunden hat, ja, ist der nicht umkehrbar. Und in bestimmter Weise sind sozusagen Reifungsprozesse, die zu einem Zeitpunkt nicht stattgefunden haben, durchaus auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholbar. Dann haben wir die Prägung. Das meint das Lernen in einer sensiblen Altersphase. Also, Sie sehen hier, das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie eben hier die Küken sich prägen auf ihre Mutter. Sie lernen zu einem ganz, ganz engen Zeitfenster in ihrer Entwicklung eben, wer die Mutter ist und folgen dieser Mutter dann eben, wie wir auch manchmal beobachten können, eben auf Schritt und Tritt. Und das passiert eben in einer ganz bestimmten Altersphase, in einer sensiblen Phase. Dies ist, wie hier steht, irreversibel, also nicht umkehrbar und eben interessanterweise auch eben nicht nachholbar. Und solche sensiblen Altersphasen kennen wir auch in der menschlichen Entwicklung. Und ja, ist etwa von Maria Montessori auch in ihrer Pädagogik ganz gezielt thematisiert worden. Dann gibt es den Begriff der Entwicklung. Das bezieht sich auf altersbedingte langfristige Veränderungen. Also eben Veränderungen in verschiedenen Fertigkeits- und Fähigkeitsbereichen, wie etwa die Sprache, Gedächtnis, Wahrnehmung, die sich natürlich eben halt entlang der Lebenszeit verändert. Und das sind eben biologische Veränderungen auch mit dabei, das sind Erfahrungen, das sind Lernprozesse. Aber wie Sie sehen, eben bezieht sich der Begriff der Entwicklung eben auf längerfristige Veränderungen von Dispositionen und zwar eben halt unter der Zeitachse, dem Alter, dem Lebensverlauf. Versuchen wir, den Begriff des Lernens noch etwas weiter abzugrenzen. Qualifikation, das meint die Voraussetzung, die eine Person mitbringt, um eine bestimmte Tätigkeit ausfüllen zu können. Also das bezieht sich eben halt auf erworbene Fähigkeiten, Fertigkeiten, auf Verhalten, Wissen, Einstellungen. Alles das, was die Person mit sich mitbringt, um eben halt eine spezifische Tätigkeit, einen Beruf, eine Arbeit ausfüllen zu können. Kompetenz, das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren in der pädagogischen Diskussion zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, weil er sich eben auf sehr viel komplexere Sachverhalte bezieht. Er meint etwa in der Definition von Erpenbeck und von Rosenstiel die Disposition für selbstständiges Handeln, für selbst organisiertes Handeln. Und sie fassen darunter vier Teilkompetenzen, die Personale Kompetenz, also mit sich selbst umgehen zu können, sich selbst organisieren zu können, Ziele setzen zu können, prüfen zu können, sich selbst motivieren zu können, auch eben sein Handeln eben selbstkritisch zu reflektieren. Handlungskompetenz meint eben die Fähigkeit, ja komplexe eben Ziele zu verfolgen zu können. Fachlich-methodische Kompetenz bezieht sich eben auch wieder auf bestimmte Anforderungen zu bestimmten Themen und die dazugehörenden auch methodischen Voraussetzungen. Und sozial-kommunikative Kompetenz meint den Umgang mit anderen Menschen. Zu trennen von der Kompetenz, was nämlich eben halt als Disposition zu sehen ist, ist die Performance. Das bezieht sich auf die gezeigte Leistung, auf die beobachtbare Leistung. Und es kann durchaus die Situation eintreten, dass eine Person kompetent ist, aber nicht unbedingt die erwartete Performance zeigt. Letztlich geht es also ja in vielen auch beruflichen Kontexten eben nicht immer unbedingt nur um die Kompetenz und den Kompetenzerwerb, sondern es ist auch wichtig zu fragen, unter welchen Bedingungen findet den Performance statt, wird Verhalten auch tatsächlich gezeigt. Das sind, wie man aus der psychologischen Forschung sehr gut weiß, doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Vielen Dank. Was können wir nun an allgemeinen Erkenntnissen über das Lernen an sich formulieren? Ich habe hier eine einfache Liste mit fünf Aussagen, die ich einer Publikation von Rheinmann und Mandel entnommen habe, wo sie eben auch auf dem Hintergrund der Diskussion über Konstruktivismus und konstruktivistische Lernumgebungen solche Forderungen und grundlegende Erkenntnisse formuliert haben. Ich nenne sie deswegen Essentials für das Lernen. Schauen wir sie uns kurz an. Lernen erfordert die aktive Beteiligung des Lernenden. Ja, eigentlich eine fast triviale Feststellung. Es gibt kein passives Lernen. Die Vorstellung, dass Menschen lernen könnten, ohne dass sie selbst involviert sind, dass sie eben sich selbst bilden, dies ist eine naive und völlig unzutreffende Vorstellung. Wir müssen also Wege finden, wenn wir ein Lernangebot planen, das die Menschen in irgendeiner Weise aktiviert, dass sie selbstbestimmte Lernschritte und Lernprozesse tatsächlich mitvollziehen. Das entspricht auch dem zweiten Punkt. Lernen ist letztlich eben ein selbstgesteuerte Prozess. Nur die Person selbst, nur die Person des Lernenden selbst kann im Grunde genommen sich dazu entscheiden zu lernen. Wir können im Grunde genommen der Person ein Angebot machen, aber letztlich eben, wie sie mit diesem Angebot umgeht, das hängt sehr stark auch von der Person selbst ab. Und sie wird es auch nur schaffen, einen gerade auch komplexeren Sachverhalt sich anzueignen, wenn sie selbst diesen Prozess, nur dann, wenn sie diesen Prozess auch selbst organisiert. Der dritte Punkt, Lernen ist ein konstruktiver Vorgang, der an Vorwissen anknüpft. Und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, nämlich er hebt darauf ab, dass Lernen eben nicht ein Abspeichern ist von Dingen, die man der Person irgendwie präsentiert, sondern das ist eben schon sehr interessant, dass man wirklich sagen kann, jedes Lernen ist eigentlich eine Art Rekonstruktion von Wissen und es knüpft immer eben an etwas an, was die Person schon weiß. Es ist immer eine Erweiterung des vorhandenen Wissens. Also nochmal, Lernen ist eben kein Abbilden, keine Übernahme von eben halt irgendwie extern gegebenen Stimuli, die dann irgendwie integriert werden, sondern eben immer, wie gesagt, eine Rekonstruktion des Individuums, was sozusagen immer auch da ansetzt, wo die Person eben auch schon bestimmtes Vorwissen hat. Ja, viertens, Lernen erfolgt in spezifischen Kontexten. Also Lernen geschieht an bestimmten Orten, Zeiten. Es geschieht nicht irgendwo in einem luftleeren Raum. Es ist immer zu sehen, dass das Lernen eben halt ja immer sich auf bestimmte Menschen, auf bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen, auf eben bestimmte Zeitpunkte auch bezieht. Und insofern können wir nicht tun, als ob dies, ja, wie gesagt, in einem luftleeren Raum irgendwo abstrahiert stattfindet. Wir müssen diese Kontexte immer berücksichtigen, wenn wir eben erfolgreich Lernangebote planen wollen. Und schließlich Lernen müssen wir sehen als einen sozialen Kommunikationsprozess. Es ist ein Austauschprozess, der ja von Mensch zu Mensch gehen kann. Aber auch bei mediengestützten Lernen können wir eben diesen Kommunikationsprozess nachvollziehen. Der geschieht eben dann etwa von einem Produzenten, von einem didaktischen Designer an, über das Medium auch an den Menschen, an die lernende Person. Und darüber vermittelt sich eben durchaus auch Kultur. Also es geschieht etwas, es geschieht eine eben Kommunikation zwischen letztlich Menschen. Die Teilhabe an Kultur ist darüber möglich. Es geschieht auch Sozialisation darüber, Einstellungsbildung. Also eigentlich ein sehr vielschichtiger Prozess. Und insofern können wir auch hier wieder darauf bestehen und betonen, Lernen ist eben kein Prozess, der irgendwie in einem letztlich Labor nur stattfindet. Und selbst in diesem Labor, abgeschirmt von allem anderen, wo die Person vielleicht abgeschirmt ist von allem anderen, auch da wird eben dieses Lernen an einem Ort, an einem Zeitpunkt sein, wird auch eben die Person teilhaben an kulturellen letztlich Errungenschaften. Und sei es eben halt, dass sie über das Alphabet, die Schrift, die Grammatik teilhaben hat, eben halt an einer bestimmten eben Kultur. Ja, kommen wir nun zu dem zentralen Problem, vor dem wir als Entwickler und Planer von Lernangeboten oft stehen. Und deswegen möchte ich hier auch dieses Problem einfach nochmal genauer eruieren und Sie bitten, einfach mal mitzudenken und zu überlegen, wie die Antwort auf diese Fragen aussehen kann. Also, wenn Sie Lernangebote entwickeln, dann stehen wir, stehen Sie vor der Frage, was macht ein gutes Lernvideo aus? Und ich möchte Sie auf der folgenden Seite hier einmal fragen, dass Sie diese drei Sichten sich ansehen oder überlegen und überlegen, was wäre aus Sicht des Lerners anders beim Lernen mit Medien gegenüber anderen Formen, insbesondere des unterrichtlichen Lernens, aus Sicht des Lerners, aus Sicht des Lehrers oder eines Entwicklers. Fangen Sie Ihre Überlegungen bitte hier ein. Gehen wir die einzelnen Sichten einmal durch und fangen wir mit der Sicht des Lerners an. Ich denke, für Lernenden ist besonders wichtig, dass wir beim Lernen mit Medien eben eine recht hohe zeitliche und räumliche Flexibilität entwickeln können. Ich entscheide, wann, wo und auch wie schnell ich etwa lerne. Das geschieht schon mit einem Buch. Das kann ich mitnehmen irgendwo hin, das kann ich lesen, wann ich will, bearbeiten, wann ich will und auch eben halt im Tempo so schnell durchackern, wie es mir gerade passt. Das Wissen ist dokumentiert, also das ist ein großer Vorteil, dass ich eben jederzeit nachsehen kann, was ich lernen soll, was ich lernen möchte. Ich kann auch den Stand des Lernens selber leichter prüfen. Ich kann feststellen, ich bin zur Hälfte durch, ich habe so und so viel Prozent schon geschafft. Das Wissen ist eben sozusagen positiv dokumentiert und sichtbar. Für den Lerner ist sicherlich die Frage im Raum, ja, wie kann mir, wo kann ich Hilfe bekommen bei Unklarheiten oder auch wie stehe ich da, wenn ich nicht weiterkomme oder bin ich da ganz alleine auf mich gestellt. Das sind Fragen, die sich für den Lerner stellen, wenn er mit eben einem Medium gezielt etwas lernen möchte. Also, ja, es gibt Pro und Contra, es gibt Vor- und Nachteile für den Lerner. Aus Sicht eines Lehrenden könnten wir sagen, ja, dass eben eine Entlastung entstehen kann, dass sich ein Lehrer erhofft, dass die Lernenden eben gerade diese wichtigen Aspekte, das Wiederholen, das Üben, Vertiefen, das Individualisierte Lernen, dass die das mit Hilfe des Mediums eben doch recht gut bewältigen können. Alles Dinge, die eben im Unterricht selbst oftmals ganz schwer zu realisieren sind, auch eben individualisiert umzusetzen sind. Die Frage für einen Lehrer könnte natürlich sein, gebe ich damit Kontrolle auf, ja, wenn die Lerner sagen, sie lernen jetzt mit einem Medium, dann habe ich als Lehrer vielleicht das Gefühl, dass ich eine geringere Kontrolle habe, weil ich nicht weiß, was der Lerner denn wirklich macht. Also lernt er denn wirklich zu Hause mit dem Buch, mit dem E-Learning-Produkt, mit den, keine Ahnung, an welchen Medien auch immer. Wobei man da schon anmerken kann, es ist natürlich eine gewisse Illusion der Kontrolle dabei, denn eben der Lehrer hat sozusagen die Illusion, dass wenn eben der Schüler bei ihm im Klassenzimmer sitzt, dass er dann eben eine Kontrolle hat, während eben diese Kontrolle nicht existiert, wenn der Schüler, der Lernende irgendwo sitzt und eben mit dem Medium lernt. Aber gerade auch aus Sicht des Konstruktivismus wissen wir ja im Grunde, dass dies, wie gesagt, eine gewisse Illusion ist, auch eben durch die pure Teilnahme und physische Präsenz in einem Klassenzimmer und Hörsaal ist ja eigentlich die Sicherheit nicht gegeben, dass da auch tatsächlich irgendein Lernprozess und Lernerfolg stattfindet. Ja, und ein dritter Punkt, der für einen Lehrer besonders wichtig sein kann, ist die Frage, ja, gibt es denn überhaupt ordentliche, gute Medien? Ja, haben wir die, können wir uns die leisten, sind die zugänglich, sind die verfügbar? Also für einen Lehrer schon ganz wichtig, denn eben, ja, beispielsweise im Schulwesen wird ja zunehmend erwartet, dass etwa die Lehrer selbst und privat aufkommen für Medien, also denken wir an sowas Simples wie Kopien. Und insofern, das für einen Lehrer schon die Frage ist, ja, wo sollen wir denn da überhaupt ran, wie sollen wir denn überhaupt an diese Medien für unsere Schule, für unsere Universität, für unsere Aus- und Weiterbildung rankommen? Und dann schließlich die Sicht eines Entwicklers. Wenn ein Entwickler Medien eben für eine bestimmte Zielgruppe plant, dann ist für den Entwickler eben die Herausforderung, dass er ja nicht genau weiß, wie wird diese Zielgruppe reagieren. Wenn der Entwickler, der vielleicht es kennt, als Lehrer vor einer Klasse zu stehen, als Dozent in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, dann ist für ihn jetzt in der Medienproduktion das Problem, dass er eben halt nicht sofort und nicht klar erkennen kann, wie werden die Personen reagieren, die dieses Medium eben später rezipieren und nutzen werden. Passt das Angebot? Wie kommen sie zurecht? In der konventionellen Unterrichtssituation merkt der Dozent recht schnell, ob das passt, ob das stimmig ist, ob die Teilnehmenden das akzeptieren. Und deswegen ist für den Entwickler eben solcher mediengestützter Lernangebote die Planung so wichtig. Er wird mit viel höheren Investitionen zu tun haben, er wird mit sehr vielen Analysen zu tun haben. Es erfordert einfach ein sehr systematisches und professionelles Vorgehen, auch eben, weil es oftmals arbeitsteilig angelegt ist. Ich bin auf die Zusammenarbeit mit anderen angewiesen. Ich muss an bestimmten Stellen einfach auch wissen, wie die arbeiten, wie ich das übergeben kann, was die von mir erwarten und wie ich mich da auch abstimmen kann. Wir sehen also aus diesen drei Sichten sind schon sehr wichtige Punkte benannt, die deutlich machen, dass eben das Lernen mit Medien für diese drei Gruppen doch sehr große Implikationen, sehr große Veränderungen auch mit sich bringen kann, Vor- und Nachteile. Und dies wird uns auch bei der Planung und Entwicklung und auch bei der, sagen wir, Abwägen von möglichen Risiken und auch dem Abwägen möglicher Nutzen und Vorteile, wird uns das weiter beschäftigen. Wir können also als Konsequenzen für so etwas wie das Instructional Design festhalten, die Wichtigkeit der Analyse ist zu nennen. Also ich muss vorab sehr viel analysieren als Entwickler. Ich muss mehr analysieren im Grunde als eben die Lehrpersonen. Für die Lehrenden ist zentral die Durchführung, für den Medienentwickler, für die Entwicklung von Lernanwendungen, mediengestützten Anwendungen ist eben die Analyse, die Planung, die Konzeption vorher noch wichtiger als die Durchführung. Also Wichtigkeit der Analyse, Wichtigkeit der Konzeption. Ich muss das Konzept sehr genau ausarbeiten, noch genauer als eine Lehrperson, die, wir wissen, dass vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen nicht immer unbedingt viel Spaß daran hat, eben einen sehr genauen Unterrichtskonzept auszuarbeiten. Ja, Studierende lernen das vielleicht noch in ihrem Referendariat, natürlich lernen sie das dort, aber eben, wir wissen alle, dass in der Praxis man eben nicht Stunde für Stunde ausarbeitet und durchkonzipiert. Beim mediengestützten Lernen werden sie immer ein Konzept erstellen müssen, sie werden immer eine genaue Planung und Analyse durchführen müssen, eben auch weil sie ja mit anderen zusammenarbeiten und es kommunizieren müssen, was sie an bestimmten Stellen brauchen, wie es funktionieren soll, wie es aussehen soll etc. Und deswegen muss alles so genau ausgearbeitet sein. Und schließlich auch die Evaluation. Ich muss jeden Entwicklungsschritt prüfen, einfach deswegen, weil eben ich ja nicht mehr im Nachhinein etwas verändern kann. Ja, die Lehrperson kann ja in der Situation ad hoc entscheiden, oh, dieses Thema ist doch zu schwierig, oh, diese Aufgaben, die sind noch zu leicht, hier muss ich so reagieren, hier muss ich schneller machen, langsamer machen. Das kann die Person in der Situation situativ entscheiden. Der Entwickler, der Medienkonzeptionist kann dies nicht. Er muss vorher wissen, kommen die Lernenden damit zurecht, wo gibt es Fallstricke, was muss ich anpassen? Und das kann man nur eben durch formative Evaluation, durch begleitende Studien, Usability-Studien im Labor, im Feld mit kleinen oder größeren Stichproben aus der Zielgruppe. Das macht die Sache mühsam, aber im Grunde durchaus auch erfolgreich, denn es ist durchaus kostengünstiger vorab, diese Prüfschritte zu machen, als eben später, wenn man ein fertiges Produkt hat, ein fertiges Angebot hat, später eben entsprechende Anpassungen vornehmen zu müssen. Damit kommen wir schon zu einer ganz entscheidenden Frage der Vorteile des mediengestützten Lernens, beziehungsweise eben des multimedialen Lernens. Wenn wir heute Angebote entwickeln für das Internet, für Lernprogramme, die auf CD oder DVD distribuiert werden, dann haben wir es ja eben in der Regel mit multimedialen Anwendungen zu tun. Und da ist natürlich die Frage, welchen Nutzen, welchen Mehrwert, welche zusätzliche Qualität bieten solche eben multimedialen Anwendungen. Und Sie sehen schon hier das Schlagwort, desto mehr, desto besser, Fragezeichen. Wir müssen hier zunächst eine wichtige Unterscheidung treffen. Wir müssen unterscheiden, zum einen, wie ist eine Information kodiert, also die Art der Kodierung, das kann zum Beispiel Text sein, eine Information kann als Bild präsentiert oder repräsentiert sein. Es gibt aber eben auch Musik, Tanz als Kodierungen, als menschlichen Ausdruck, wie Informationen und Nachrichten formuliert werden können. Die zweite Frage ist, welcher Sinneskanal wird angesprochen mit einer Information? Hier unterscheiden wir Modalitäten, Sinnesmodalitäten, also die auditive Modalität, die eben den Gehörsinn anspricht, visuelle Modalität oder haptisch, das wäre eben halt das der Tastsinn. Und die dritte Unterscheidung betrifft die Frage, welche technische Darbietungsmedien werden genutzt? Also das könnte eben der Bildschirm sein, das kann ein Lautsprecher sein, eine Konsole über den Fernseher, also sehr unterschiedlich eben Darbietungsmedien. Und nun ist die Frage eben, ja, was ist nun vorteilhaft? Also ist es besonders toll eben etwas über mit Bild und Ton, mit Text und Audio, über Bildschirm und ich weiß nicht, in welchen Kombinationen eben etwas präsentiert wird? Was ist letztlich möglicherweise ein Vorteil in einer solchen, ja, Multikodierung, multimodalen Präsentationen oder eben multimedialen, also medientechnischen Präsentationen? Ja, und die Antwort auf diese in dem Fall scheinbar sehr komplexen Fragen ist überraschend einfach, nämlich wir wissen tatsächlich doch recht viel über diese Multi-Fragen, über diese Vorteile dieser Varianten. Und wir können relativ eindeutig sagen, dass ein Vorteil eben besteht aus, wenn eben Informationen multiple codiert sind, aber dass eigentlich kein Vorteil besteht, wenn mehrere Sinneskanäle angesprochen werden und auch nicht, wenn eben Multimediatechnik im engeren Sinne genutzt wird. Ich möchte Ihnen hier auch ein Modell vorstellen, das diesen Effekt ganz gut erklären kann. Es ist die Dual-Code-Theory von Paivio. Sie geht davon aus, dass im menschlichen Arbeitsgedächtnis, im menschlichen Arbeitsspeicher zwei getrennte Subsysteme arbeiten. Ein Subsystem, was eine bildhafte Verarbeitung realisiert und ein Subsystem, ein zweites, was die Kodierung, die textuelle Kodierung von Nachrichten verarbeiten kann. Wir haben also sozusagen zum einen, zum einen entsteht eben halt ein bildhaftes Modell und zum anderen ein verbales Modell, was dann eben halt auch mit dem Vorwissen in Verbindung gebracht wird. Und der Punkt ist der, dass eben das menschliche, das Arbeitsgedächtnis eben dann besonders gut ist, wenn eben halt diese getrennten Systeme optimal ausgelastet und genutzt werden. In der Kombination sind diese beiden Subsysteme eben tatsächlich gut und führen zu guten Lernergebnissen. Das heißt also, wie wir hier sehen, wenn Bild plus gesprochenem Text präsentiert werden, dann sollte dies eben einen positiven Effekt haben. Während eine bildhafte Darstellung plus einem gelesenen Text, also wenn ich eben halt ein Bild dekodieren muss und eben auch den Text verarbeiten muss, dann ist dies sozusagen eine Belastung des gleichen Arbeitsspeichers und insofern weniger positiv. Grundlage dieser Überlegungen ist die Dual-Code-Theory von Paivio. Sie geht davon aus, dass das menschliche Arbeitsgedächtnis im Grunde beschrieben werden kann als bestehend aus zwei Subsystemen. Es gibt eben ein Subsystem, was verbale Informationen auswertet und verarbeitet und ein bildhaftes Subsystem, was eben visuelle Reize aufnimmt und verarbeitet und eben ein bildhaftes Modell entwickelt. Links sehen wir den Verarbeitungsstrang der bildhaften Informationen, die mit Vorwissen in Verbindung gebracht wird, um eben diese Information verarbeiten und verstehen zu können. Und rechts sehen wir, wie Worte, wie textuelle Informationen eben in ein verbales Modell gebracht wird. Auch hier ist natürlich wieder Vorwissen notwendig, damit diese Information überhaupt verarbeitet und verstanden werden kann. Und unten sehen wir den Fall, dass wenn Worte, also textuelle, verbale Informationen mit den Augen aufgenommen werden, dann haben wir zunächst bildhafte Informationen und diese bildhafte Informationen eben wird intern verbalisiert, sodass eben dann ein verbales Modell entstehen kann. Wir können anhand dieser Grafik auch nachvollziehen, warum im Grunde es kein Vorteil ist, wenn Text gelesen wird und zugleich diese textuelle Information vorgelesen wird. Dann wird nämlich eben das Arbeitsgedächtnis eben in gleicher Weise belastet. Und in beiden Subsystemen, das Visuelle genauso wie eben das verbale Gedächtnis. Und wir sehen hieraus eben auch, dass wenn es einen Vorteil gibt, dann besteht er eben aus der Kombination unterschiedlicher Kodierungen, etwa der bildhaften und der textuellen Kodierung. Die Kombination dieser beiden Subsysteme kann zu einem Vorteil führen bei der Verarbeitung und beim Lernen von Informationen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf zwei Literaturstellen verweisen, die bei dem Internet zumindest in Teilen verfügbar sind. Wir haben hier zunächst einen Text von Bransford und anderen, How People Learn, eine, wie ich finde, sehr schöne Darstellung von aktuellen Erkenntnissen zur Lernpsychologie, auch eben unter Berücksichtigung von einigen neuropsychologischen Überlegungen. Und dann haben wir hier den Text von Clark und Meyer, zwei wirklich recht ausgewiesene und prominente Autoren, Autoren zum Thema E-Learning unter lernpsychologischen Aspekten. Eine Kurzfassung davon finden Sie übrigens hier auch direkt im Anhang. Also recht lesenswert und ich denke auch gerade die Kurzfassung sehr schön geschrieben, aber auch das umfangreichere Werk kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und hier eine Frage an Sie. Sie lesen hier eine Aussage, die ich so... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.